Hinter dem eigenständigen Unternehmen Balgrist Tech AG steht eine lange Tradition. Das kumulierte Wissen und die gesammelte Erfahrung aus mehr als 100 Jahren ermöglichen es uns, bei der Patientenversorgung Tag für Tag Spitzenleistungen zu erbringen. Die Balgrist Tech AG wird getragen von der vernetzten Kompetenz unserer Techniker sowie von den Ärzten und Therapeuten der Uniklinik Balgrist und anderen namhaften Institutionen. In der Orthopädie-Technik sind die Fachleute der Balgrist Tech spezialisiert auf komplexe Versorgungen. Entsprechend anspruchsvolle Versorgungskonzepte werden von der interdisziplinär zusammengesetzten Teams aus Technikern, Ärzten und Therapeuten gemeinsam erarbeitet. Ein permanenter und enger Austausch mit den Patienten ist die Basis für qualitativ hochstehende Versorgungskonzepte, die präzise auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. In der Orthetik werden individuell hergestellte oder industriell gefertigte Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur der einzelnen Gliedmassen sowie des Rumpfes eingesetzt. Sogenannte Orthesen. Mit hochmodernen, mikroprozessorgeregelten Lähmungsorthesensystemen lassen sich beispielsweise die Folgen einer neurologischen Erkrankung oder Verletzung nahezu kompensieren. Die Fachleute der Balgrist Tech gehören zu den führenden Spezialisten für moderne Beinprothesensysteme. Der perfekte Aufbau und die optimalen Einstellungen einer Prothese werden aufgrund einer ausführlichen Ganganalyse definiert und überprüft. Mikroprozessorgeregelte Prothesensysteme erfüllen heute höchste Ansprüche in Sachen Funktionalität und integrieren sich bezüglich Bewegungsverhalten weitgehend in das natürliche Gangbild. Sogenannte bionische Prothesensysteme mit intelligenten Kniegelenken bieten dem Träger in allen Lebenslagen ein Höchstmaß an Sicherheit, Dynamik und Ausdauer. Auch bei Prothesen für die oberen Extremitäten sind heute naturnahe Funktionalitäten gewährleistet, vor allem mit sogenannten mio-elektrischen Systemen wie der Michelangelo-Hand. Diese Hightech-Systeme basieren auf der Tatsache, dass bei jeder Muskelkontraktion aufgrund biomechanischer Vorgänge eine elektrische Spannung im Mikroboltbereich entsteht. Diese Spannung lässt sich auch nach einer Amputation auf der erhaltenen Restmuskulatur messen. Sie wird verstärkt und als Steuersignal an elektromotorisch angetriebene Komponenten gesendet, um die Bewegung der Prothese auszuführen. Hochwertige Silikonschmuckprothesen lassen sich heute kaum mehr von natürlichen Gliedmassen unterscheiden. Mit viel Liebe zum Detail kreieren unsere Techniker kleine Kunstwerke, die durch natürliche, individuell abgestimmte Farb- und Formgestaltung überzeugen. In der professionell eingerichteten Werkstatt der Balgrist-Tech wirken ausgebildete Orthopädie-Techniker mit viel Know-how und Erfahrung. Unterschiedlichste Hilfsmittel werden direkt vor Ort produziert, zum Beispiel Skoliose-Korsette oder Schäfte für Prothesen, die aus ultraleichten und strapazierfähigen Kohlefasern in Kombination mit Epoxidharzen gefertigt werden. Komplexe Orthesen- und Prothesensysteme werden mit den Komponenten der führenden Anbieter aus aller Welt aufgebaut und präzise an die Bedürfnisse der Patienten angepasst. Das Angebot unserer erfahrenen Bandagisten deckt den gesamten Bereich der medizinischen Lymph-, Kompressions-, Verbrennungs- und Bandagenversorgung ab. Für die Versorgung brandverletzter Kinder und Erwachsener stellen wir in Handarbeit maßgeschneidete Kompressionsanzüge, Kompressionshemden sowie Kompressionshandschuhe nach Maß her. Ebenfalls im Hause gefertigt werden Silikonmasken für Verbrennungsopfer. Kompressionsstrümpfe eignen sich bei Venenleiden sowohl für Prävention als auch für die Therapie. Spezialisiert ist die Balgrist Tech auch auf die Konfiguration individualisierter Rollstühle sowie die Maßfertigung von Sitz- und Liegeschalen. Anpassungen, Servicearbeiten und Reparaturen an Rollstühlen führen die Fachleute des Bereichs Reha-Technik in der eigenen Werkstatt professionell aus. In enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Paraplegie der Uniklinik Balgrist und anderen namhaften Institutionen sorgen wir dafür, dass Rollstuhlfahrer trotz ihres Handicaps aktiv und mobil bleiben. Auch im anspruchsvollen Fachbereich Orthopädie-Schuhtechnik ist die Balgrist Tech der richtige Partner. Dank einem leistungsfähigen Team von bestens qualifizierten Fachleuten, dank einer komplett eingerichteten Werkstatt und dank hochmodernen, computergestützten Analyse- und Design-Tools. Eine orthopädische Einlage ist so individuell wie der Fuss eines jeden Menschen und wird deshalb stets nach Maß gefertigt. Zum Einsatz kommen dabei modernste Technologien wie Computer-Aided Design und Computer-Aided Manufacturing. Nach der präzisen Vermessung des Fusses erfolgt das Modellieren der Einlage am Computer. Aus einem Schaumrohling wird an der Fräsmaschine vollautomatisch und millimetergenau die modellierte Schuheinlage gefräst. Die computergestützte Herstellung von orthopädischen Schuheinlagen und Fussbeton erlaubt eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Trägers. Unsere Orthopädie-Schuhmacher nehmen sich Zeit für ihre Kunden. Jeder Patient wird individuell und persönlich beraten. So finden wir auch bei anspruchsvollen Problemstellungen stets die perfekte Lösung. Im Schuhfachgeschäft der Balgrist Tech steht unseren Kunden eine breite Auswahl an gut sitzenden Komfortschuhen zur Verfügung. Für jedes Bedürfnis und für jeden Fuss. Orthopädische Serienschuhe werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Unsere Fachleute ändern das gewählte Modell mit allen erforderlichen Orthopädie-Schuhtechnischen Massnahmen ab, bis es dem Patienten perfekt passt. So lässt sich zum Beispiel der Absatz eines Schuhs erhöhen, um unterschiedliche Beinlängen auszugleichen. Unser erklärtes Ziel ist es, unseren Kunden mit adäquatem und ästhetischem Schuhwerk ein Maximum an Komfort zu bieten. Die Fertigung von orthopädischen Massschuhen ist dann indiziert, wenn sich eine Fehlstellung der Füsse mit einfacheren Massnahmen wie orthopädischen Einlagen oder Serienschuhen nicht korrigieren lässt. Am Anfang dieses Prozesses nehmen unsere Orthopädie-Schuhmacher vom Fuss des Patienten ein Gipsnegativ und analysieren die Trittspur, um so die optimale Fussbettung zu definieren. Über Gipsform, Schuhleisten, Folieprobe und Lederprobe entsteht schliesslich ein individuell gefertigter orthopädischer Massschuh. Um den vielfältigen Bedürfnissen und Vorlieben unserer Kundschaft zu genügen, wird jeder Massschuh individuell nach den Wünschen des Patienten produziert. Mit wiederholten Anproben und ausgedehnten Gehversuchen auf verschiedenen Böden wird gewährleistet, dass sich der Patient in seinen neuen Massschuhen hundertprozentig wohlfühlt. Die Orthopädie-Schuhmacher der Balgrist Tech verstehen es bei ihrer täglichen Arbeit, Tradition und Moderne zu verbinden. Umfassendes Know-how, solides Können und jahrelange Erfahrung zeigen sich insbesondere bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Herstellen einer Fussbettung und dem Zwicken eines Schafts. Die einzigartige Kombination aus handwerklicher Tradition und neuesten Technologien führt in der Fertigung von orthopädischen Massschuhen stets zu qualitativ hochwertigen und rundum ästhetischen Resultaten. Das Sanitätsfachgeschäft der Balgrist Tech lässt dank einem lückenlosen Angebot keinerlei Wünsche offen. Das Sanitätsfachgeschäft der Böden